Bonjour a tout le monde Hallo allerseits Damit ein herzliches Mal zurück zu einer neuen Folge Weinfarm Skyblocks Skyblocks, hier, hallo, ich, ich baue Weinfarm Weinfarm eigentlich, ja ja also nicht wein wein sondern Krankenfarm Krankenfarm auf Deutsch Toll, du kannst Deutsch Genial, oder? Weißt du was mir aufgefallen ist? Diese seltsamen Kitty YouTuber, die spielen immer mit Deutsch, also mit Deutsch in der Sprache Deutsch Ich kann das überhaupt nicht allein schon weil ich kenne mich gar nicht mit anderen Leuten an unterhaltenden Minecraft Ich meine ich glaube Dispenser heißt dann glaube ich Spender Ich kann das gar nicht, ich sag mal Dispenser oder was weiß ich, aber auch gut Dispenser ist Schießer und Dropper ist Werbung Schießer? Schießer. Echt? Ja Ich guck, ich, ich guck das mal Ich guck mal was ein Schießer ist Weil Schießer klingt doch dümmer Öh, Schießer Minecraft Minecraft Wiki Ich bin heute die ganze Zeit im Internet unterwegs, wirklich Ich guck die ganze Zeit irgendwas im Wiki nach Du sollst doch nicht immer so viel zocken Baustelle ist im Übrigen Ich zock eigentlich nur wegen dir Ja Ich bin doch immer im Internet unterwegs Da musst du viel zocken Das ist nicht zocken, das ist ähm Im Internet gucken, ich mag auch kein Fernseher Ich guck lieber irgendwas im Internet Auf Youtube halt oder Animes halt Weil im Fernseher laufen meistens nur Schrott Ja ok, Animes sind jetzt nicht so ganz Was weiß ich Wie kann man annehmen Ne, es gibt keinen Schießer Es gibt keinen Schießer Wie heißt es dann? Ich probier mal einen Spender Ja Spender ist ähm Der Chopper Chopper ist der Äh, der Spender Und der Dispenser ist Wer Ich hab der halt nur vertauscht Ist der Werfer Der Dispenser ist der Werfer Und ähm Der Der, 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 der Der Chopper ist der Äh, der, der, der Gott Ist Der Äh, was hab ich jetzt gesagt? Sekunde mal Egal Ich bin ein verrücktes Ding Wo ist Sekunde mal? Ja bitte? Ähm Ist der Spender Achso Der Chopper ist der Spender Und äh, der Dispenser ist der Werfer Jo, das hab ich jetzt auch Super Ein Ei Kein Ei Oh Ja stimmt Warum liegt hier eine Kiste? Warum ist hier geiles Zeug drin? Ist das meins jetzt? Kann ich die Kiste abholen? Nein, das ist meins, das ist meins Bitte lass mal dann Kann ich die in Void fallen lassen? Nein Bitte Das ist ja lustig Mann, das ist mein Inventar Ich kann das nur grad nicht nehmen Weil ich am Arbeiten bin Achso, darf ich dich umbringen? Nein! Jetzt lass mich mal bitte grad wieder meine Sprache auf Englisch UK setzen Hi Weißt du was es für eine Sprache bei Minecraft gibt? Piratensprache Ja 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 und die, jeder So viele YouTuber spielen mit der Piratensprache Okay Aber wir hören dann meistens nach Gibt so drei, vier Parts auf Allein schon, weil die das so ungewohnt sind Was ist Piratensprache? Wie bitte? Was ist Piratensprache? Keine Ahnung Quatsch? Wasch, ich glaub ja Ich hab's noch nie selber benutzt Ich hör das glaub ich mir selber benutzt Könnt's grade ganz zufällig sein So, guck mal Mach's doch da hinten auf Ja Oh, ist das noch Nein, ich muss jetzt wieder Sound leiser, Mann Oh Mann, Alter Ich hab die Ich hab den Ich hab Sound den ganzen Kopf Melonen wachsen irgendwie langsamer als Paprika, oder? Was? Melonen wachsen langsamer als Pumpkins Okay Okay, aber Bei uns Anscheinend ist es nur bei uns so Irgendwie krieg ich viel mehr Pumpkins als Äh, als Melonen Es gibt's ja mehr Pumpkins die gegessen werden Nicht Hahaha Eigentlich nicht Ich esse keine rohen Pumpkins Ich ess mal ein paar Äh Offen Kartoffeln Mach was du nicht lassen kannst Ich mein ich hab die ja Ähm Wer Wer Wer's hat Wer kann Ich hab auch groben Kartoffeln noch in meiner Kiste drin Das ist unsere Kiste, wir teilen alles Warten, bist du grad runter gesprungen und wieder aufgeflogen Gutschita Nein Gutschita Gutschita Äh, du faules Stück Arbeit Ich lass mich doch zumindest erstmal hier das Slava Portal überhaupt mal finishen Nein Gleich funktioniert das nicht und du wirst wieder äh ausschreien Und meine Ohren tun weh Und dann w wird ich ausschreien Und dann tun deine Ohren weh Und dann tu veille ich ausschreien Dann schrei ich auch und dann wirst du auch schreien und dann werd ich auch schreien und dann wirst du auch schreien. Alles nur weil du ein Netherportal nicht bauen kannst. Ich bin gleich mit dem Netherportal fertig, ich muss nur noch zwei aufzuhören. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass die das Netherportal irgendwie anlassen auf der privaten Insel. Weil die wollen ja schon die, dass wir hier Tala einsetzen dafür. Aber wenn das wär, das wär cool, aber ich kann's irgendwie nicht glauben. Irgendwie auch nicht so ganz, ja. Probieren, vor Studieren. Jo. Ach, du bist ja endlich fertig, ich hab noch ein Ding, ich komm jetzt da und fahren. Ich lauf hier die ganze Zeit nur rot, äh, geh einfach. Ja dann fahren wir. Nee, da kommt, äh, Dings, TNT und du wirst die Insel runterfliegen. Ich bin fertig. Du bist fertig, okay, endlich kann ich hier noch fahren. Kannst du mir ein Diapicker geben? Nein. Du vollidiot, du Assi. Nimm doch ne Steinpicke oder so. Ja, dann mach ich mir jetzt ne andere, ne eigene Picke. Die ne, obwohl wir haben keine Eisen. Och, man. Und wir haben auch keine, ach, so alle Dias verschwendet. Lässt du mir eigentlich auch immer irgendwas übrig? Ich, ich lass dir immer alles übrig. Die letzten Dias hab ich extra für das Enchantix regeln verbraucht. Oh ja, ich hab die, aber leider keine Eisenpicke. Gib mir eine Picke. Ich geb dir auch meine Steinpicke. Doch. Du bist so gemein zu mir. Dann geh ich jetzt ins Lager runter und hol mir da. Ich glaub da ist noch Eisen. Das ist super. Du gemeines Stück. Ach. Du gehörst nicht mehr bescheiden. Nee. Ich benutze keine so schlimmischen Körper. Du bist nur ein Stück. Nur ein gemeines Stück. Nur ein Stück. Ja. Äh, hier liegt ganz so völlig ein Diamant. Die Diamond Ore. Ja. Den hab ich grad angekommen. Boah. Ich wollte mir grade eine Eisenpicke machen. Damit ich die Diamanten abbauen kann. Ja, ich bin aber grade jetzt wieder dazu gekommen. Hier rüber. Lass meine Dings in Ruhe. Alles was mir gehört. Lass es einfach in Ruhe. Okay? Pack einfach am besten gar nichts. Gar nichts an. Okay? Okay. Brav. Ach. Schlimme Tier. Wirklich. Jetzt komm ich wieder hoch. Du gehst meine Diapicke zurück. Meine Diapicke. So. Wo ist meine Diapicke? Das ist meine. Die hab ich nämlich mit meinen Levels Enchanted. Enchanted? Aber das ist meine Picke. Ich muss mit einer Tante. Boah. Gib mir meine Picke. Ich brauch die aber noch vielleicht. Ich. Ich brauch die dringender als du. Ich brauch sie am dringendsten. Und das muss man noch. Ich bring dich um. Ich hol' einen Wassereimer und schub's dich von irgendeiner Insel runter. Du weißt schon, dass sie erst so weit da runter geht, dass ich dann nicht sterben kann. Und zweitens, die Rüstung hält das so lange auf. Nicht den Void. Niemand. Niemand. Überlebt den Void. Ich kann aber teleporten. Port. Ja, ich werd dich so oft... Und ich glaub hier ist ein Emerald. Die kann ich nur nicht sehen. Echt? Warte mal Sekunde. Dann lass den mal gerade. Ja. Nee, ich baue ihn mit der Stein-Picke ab. Um dich zu ärgern. Ich hab hier grad ein bisschen... Hallo, du bist auch wirklich so richtig assi. Weißt du das? Ähm... Dürfte ich mal... Was? Du darfst gar nichts. Nein, nein. Ich will eigentlich nur, dass du Cobblestone farmst, damit ich hier die Leitern zu öffnen kann. Wenn ich diesen Emerald, wenn ich eine Eis-Picke oder eine Tier-Picke habe, wie soll ich all diese Dings... Ohr... Äh... Abbauen? Ich baue es ja jetzt gleich ab. Sekunde. Ja, gib mir eine Picke, die Ohr abbauen kann. Dann kann ich auch Stein abbauen. Schlaumeier. Ich will die ganze Zeit Cobblestone-Farm für mich. Damit ich meine Wein-Farm machen kann. Dann brauch ich aber gleich auch noch welche Leitern. Du brauchst keine Leitern. Hä? Ich mach das alles alleine. Du. Bist. Unrechtlich. Äh... Doch. Ich bin richtig... Kann ich dich kicken? Kann ich dich kicken? Nein, nur ich kann dich kicken. Spider-Hunter. Och ne, Romano. Aha. Fick dich. Sekunde. Tatsächlich, dass er tatsächlich Emerald... Ja, jetzt kann ich es auch wieder sehen. Du guckst mein Stück. Danke, jetzt hab ich ein Stückchen mehr draufgekommen. Ja. Ja, gib mir eine Picke. Ich liebe Emerald. Ich liebe Emerald. Ich brauche noch zwei Diamanten. Da kann ich mir meine eigene Picke machen. Dann benutzt die in der Zeit meinetwegen. Aber ich krieg die wieder. Ja. Und zwar lebendig. Nee, du kriegst die schlechte, die ich mir selber machen werde. Du musst dir immer noch einen Schaden finden. Und auch immer auf den Lapis. Ja, gleich krieg ich hier so 13 Lapis Org. Ja. Und vielleicht kriegst du sie auch noch nicht. Du hast zwei Dias hintereinander bekommen. So, jetzt kann ich mir auch meine Picke machen. So, Pizze. Warte, Pizze. War doch nicht so schwer. Du hast sie mir einfach da runtergeschmissen. Also, tut mir leid, meine Zuschauer. Spit... Ich wollte eigentlich nicht so gemeint sein. Aber Spit lässt mir keine Ahnung mal. Deshalb hab ich die ganze Folge nur geschrien und geflucht. Und... Ich hasse dich, Spit. Ich weiß gar nicht, warum ich dich abonniert habe. Alter, mein Kumpel. Ich hasse dich. Aber du bist mein Kumpel. Ich frag mich nur, warum. Nein, Tinti! Hilf mich, ich bin im Inventarmut! Nein! Fall runter, fall runter! Du stirbst. Ach, Mann. Du hast überlebt. Dein Herz verloren. Ach, Mann. Da dachte ich, du wärst schon... schon... tot. Manu. Was wollt ihr mit? Das ist... Schieb. Die Weins. Nein, nicht die Weins. Ach so, okay. Dann sind das alles meine Weins. Die wollte ich gleich auch machen. Geronimo... Äh, irgendwie... So! Bei mir lädt das nicht. Bei mir ist das jetzt noch offen. Jetzt ist es offen. Ja, jetzt ist es offen. Bei mir sah es so aus, als wäre es schon die ganze Zeit offen gewesen. Okay, ich spring jetzt mit ein paar Diamanten in den Void. Nein. Doch. Jetzt wirst du nichts tun. Ähm, doch. Sekunde, sag mir mal, wenn du es machst. Was? Wann machst du es? Jetzt. Das darfst du nicht. Ich kann mich nämlich nicht kicken. Was? Kann ich nämlich nicht kicken. Kannst mich nicht kicken? Nein. Oh, toll. Sekunde, doch. Ich glaube, ich kann es tatsächlich doch. Ich weiß aber nicht. Ich kann es nicht kicken. Bist du schon tot? Ja. Echt? Ja. Geht bei mir aber nicht. Geht bei mir aber nicht. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen spacher. Äh. Es können insgesamt 5 Grupp- äh, Leute hier drauf auf einem Tor rausgezeichnen. Ähm. Da ist also mein schöner Mossy Cobblestone hier hin. Wohin? In die... Ne, ne. Ich hab hier noch ein paar Mossy Cobblestones. Hier kannst du welche haben. Die sind im was? Die sind auf der zweiten Insel. Die sind vorher aber gar keine derzeit. Ja, Pech. Wenn die dich spawnen. Weil du ein Vollidiot bist. Und ich dich hasse. Tach, du untoter Mensch. Braav. Vollidiot. So, jetzt können wir auch die Weins endlich fahren. Wundervoll. Ich liebe Weins. Ich liebe Weins. Ich hoffe, es ist gut. Theoretisch können wir statt Leitern Weins benutzen. Das stimmt. Das sähe vermutlich auch noch cool aus. Und wir benötigten dahinter gar keinen Cobblestone. Eben. Wüssten wir sie aber von hier oben runter wachsen lassen. Und es genau planen. Von wegen. Ich mach es ganz grob. Ich kann das selber machen. Jetzt mach alles alleine. Alleine schon, weil ich Bauch... Ich mach das jetzt mal gerade. Sekunde. Nee, gib mir die Weins. Ich muss die doch... Farmen. So, hier drei Weins. Gut. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Mach die... Mach die dahin. 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 Hallo. Bis der bis... Nein. Die sollen doch hier... Gib mir einen einzigen Wein. Nö. Doch, dann... Die werden jetzt hier wachsen. Und sich vermehren. Zeig mal. Wunderbar. Nein, lass uns... So. Meins. Ich brauch aber einen Wein für die Weinleiter. Nein. Brauchst du nicht. Doch, klar brauch ich. Psch. Psch. Beschwinde. Baka ist echt. Ich mo... Brauch mal... Wirklich, komm. Volltrottel haben sich keine Weins verdient. Guck mal, guck mal, guck mal. Was? Das Wasser ist ja jetzt aus, ne? Ja. Das heißt, man kommt nicht mehr hoch ohne Wein. Egal. Wir bleiben jetzt hier. Vollidiot. Warum hast du das Wasser? Ich hab das Wasser ausgemacht, weil ich da eigentlich gerade eben oben noch ein Wein hinpflanzen wollte. Ganz zufällig. Ja, jetzt können wir das mit Weins verfolgen. Wir können doch gar nicht nach oben. Wir müssen sowieso eine Mauer machen. Wo die Weins wachsen können. Da kann das Weins dingestens ja dran wachsen. Und dann wächst das hier runter. Ja, wir können nicht dran hochklettern. Klar. Da hier unten... Da wir ja hier unten dann gleich einen Block bei haben. So. 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 Mach was du glaubt, was du willst. Gib mir. Gib mir meine... Gib mir eine Wein. So. So. Wirst du ernsthaft jetzt die ganze Zeit da stehen? Ja. Was ist das denn? Bau doch einfach da oben, verdammt mir mal einen Wein. So. Ich bin auch sehr flach. Warum ist eigentlich der Elbrot da noch nicht an? Weil wir ganz zufrieden kein Feuer haben. Ja. Du hast doch gesagt ganz Feuercharges machen. Wir haben aber keine Blazewords. Dann hol dir Gravel. 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 Da haben wir aber gar kein Gravel der Zeit zu verflachen. Welch will ich? Ich habe aufgeholt. Du kannst nicht zumachen und es in einem neu aufmachen. Sekunde mal, ich mach grad einen wichtigsten... Ich bin mir egal. Gib mir jetzt endlich die verdammte Beine. Gib mir jetzt endlich die verdammte Beine. Gib mir jetzt endlich die verdammte Beine. Du bist wildig. Wegen des Karmas. Reins existieren nur um uns zu dienen. Da. Ich würde vorschlagen, dass wir... Oh mein Gott. Was ist denn? Nein! Äh... Leider ist gerade der Skypen geschehen. Bei ihm. Oder bei mir. Irgendwas. Ich bin gerade noch geschehen. Guten Tag. Irgendwas stimmt. Oh, das... Hi. Als du gerade das Tentier gezündet hast, ne? Ich bin ja gerade eben zweimal durch den Aufzug jetzt Wasser unten reingefallen, ne? JAA. Das erste Mal einfach so, und beim zweiten Mal, ähm, bin ich, äh, äh, bin ich ja eben wegen dem TeeTee einfach zurückgesprungen, bin dann aber nicht in Wasser genommen, sondern auch nicht aufgestanden. Also bist du tot? Nein, ich habe wegen der Rüstung ganz knapp verliebt. Oh, ich bin so lieb, oder? Ich, 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 so sozial, oder? Ich mach das nach. Ach, ich mach das nach, ich mach das nach. Ey, dann dachte ich so, erst mal, dass ich dankbar dafür bin, dass das Loch da kann. Was? Eben habe ich dann so gedacht, erst mal, dass ich dankbar bin, dass das Loch da ist. Und dann bin ich abgelöst. Oh. Ehrlich gesagt, finde ich sogar schöner, wenn, äh, die Weins wild wachsen. Also einfach nur um die Insel, einfach so um die Insel, das heißt, dass wir gar nicht, ähm, irgendwie so gucken, dass das irgendwie Sinn hat, dass wir gar nicht drauf aufpassen. Was brauchst du diesen dämlichen Cobblestone-Tower? Damit weiss dran wachsen können. Ist das dein fucking Ernst? Was? Du bist einfach da runtergesprungen. Aus Versehen, tut mir leid, dass ich sterben kann. So, jetzt geben wir meine Sachen wieder. Bitte? Ich habe dir jetzt Weins platziert, und Weins können, wir können nur an Weins hochklettern, wenn sie an einem Block platziert sind. Das ruhig ist doch die ganze Zeit zu erklären. Wieso machen wir das eigentlich, wenn du uns doch einfach mit dir in den Schaden nach Hause gehst? Weiss ich doch, ist doch egal, wir wollen das doch nicht, wir wollen das cooler machen. Ich mag es nicht, mich so zu importieren. Das ist viel zu dumm, das ist viel zu einfach. Oh, wie, was soll's? Wie, was soll's? Hab ich mal was soll's gesagt. Ist mir doch egal, was du gesagt hast. Ja, aber wieso fragst du dann wie, was soll's? Weil du was gesagt hast. Nein, hab ich ja nicht gesagt. So, jetzt müssen wir uns so lange IS hoch, bis wir endlich, äh, Dings, bis wir schon Weins hochklettern, nur wegen dir. Oh, du bist so dumm, weiß ich nicht. Kann man eigentlich auch Weins mit Bohnmiel beschleunigen? Nee, kann man nicht. Wir brauchen aber trotzdem Wohin, Wohin, Bohnmiel. Für was? Alles ohnehin noch gut drauf. Okay, wie kriegt man Gravel? Ich guck mal bei IS, wenn es ein Challenge ist, vielleicht kriegt man bei einer Challenge. Und zwei Erde, uh, hier geht man. Da, ich hab das mit dem Cobblestone bereits gemacht. Wir brauchen 128 Weizen für zwei Erde. Ich brauche vier Äpfel. Achso, ich muss noch die Basischallenge abschließen. Die hab ich ja noch gar nicht gemacht. Ich brauche noch Äpfel. Guck dir das an, Kaktusfarmer. 128 Kaktus für zwei Sand und zwölf Leben. Okay, wir haben schon einen Haufen Kaktus. Dann sollte es für das jetzt... 128 Karotte für vier Erde und so. Zu einer Erde leben. Was brauche ich denn noch gerade? Äh, was wollte ich denn noch holen? Achso, die Axt. 128 Kürbisse für vier Erde. Sekunde, guck dir das mal gerade an, was ich hier mache. Oh, wir können uns mal ein Puzzilium holen. Blocks, Blocks, guck. Was? Hast du das gesehen? Ja, na und? Kleine vielleicht. Interessant. So, jetzt lass mich weitergucken. Insel-Level, was für ein Insel-Level haben wir hier? Wir haben Insel-Level 24, wow. Echt? Wir haben Insel-Level 24. Ähm. Äh, wir können uns vier Eisenspitze hacken und vier Eisenexte holen. Soll ich uns was holen? Ja, komm, mach mal. Oh mein Gott, ich glaube, du kannst das auch holen. Ich kann ja noch nicht, weil ich die Basischallenges ja noch nicht habe. Egal, das kannst du alles holen. Das kannst du sofort holen. Okay. Kann ich gar nicht. Wie kann ich, wie soll ich das denn holen? Eis und Challenge, dann drückst du einfach drauf, ob das, was du hast. Ob das die einzige Challenge, die ich habe? Nein. Eis-Challenge, ja, und dann Basis. So, und dann, äh, drückst du auf die, auf die allererste Challenge. Damit erreiche ich ins Level 20. Okay, 50 Sky-Taler. Ja, und die Eis-Exte und so. Alter, was wollen wir mit dem ganzen Eisenscheiß? Einfach nur abbauen. Wir haben jetzt genug in Vorrat. Ich bringe den ganzen Spot mal gerade runter, ja? Das Lager, ja, ich habe eine Kiste, um die Werkzeuge. Für, für Werkzeuge. Glaube ich zumindest. Ja, da. Okay, gar nicht, was ich nicht davon brauche, oder was wir da tun. Ich muss viel haben. Wir sind dieser dämlichen Käse. Und wir sind auch schon wieder bei... Vorrat, der Käse sind nicht dämlich. Wir sind auch wieder bei 25 Minuten. Also, sag ich mal dann... Wo ich nur geflucht habe. Was? Wo ich nur geflucht habe, wegen dir. Ja. Du vollidiot. Bitte in der nächsten Folge ein bisschen netter sein. Blocks, dafür benenne ich... Nein, oder mal, das falsch macht. Nein, dafür benenne ich sogar diese Folge nach dir. Blocks ist sauer. Blocks ist arschig sauer. Ja, so ein bisschen der Art. Oder Blocks bringt's Pit um. Es wird nur noch schwer, dass mein Vater dann... ...bei, wenn er jetzt in Urlaub bestellt, dann kann ich sie... ...beleiden online. Ja, da gucken sie sich alle an, oder so. Nein, nein. Aber ich zeig dir dann eben noch, wie das geht. Und muss die Folgen dann auch noch mal vorher benennen. Aber dann werden wir dann immer die Minus sozusagen weg. Und unsere Weinfarm hat Weins. Echt? Ja. Nein! Weil das meine Weinfarm ist. Ich hätte tatsächlich Fässer fordern für meine Schuhe haben. Ich bin hier gerade runtergesprungen. Weil ich gedacht habe, dass es wäre weitergewachsen. Nein. Unsere Weinfarm, vollidiot. Jetzt geht das aber immerhin hier mit dem Runterspringen. Ich bin auf jeden Fall da runtergesprungen und habe nur meinen Akrobat-Skill ganz einfach... ...ganz klar... ...kwein sonst noch aufgewertet. Vollidiot. Nein. So, jetzt wächst eins von unten und eins von oben. Du bist gestorben. Yay, kann ich neue Sachen haben? Bitte nicht, Sekunde. Oh, ich glaube ein paar sind runtergefallen. Das glaube ich auch, aber ich hoffe, mich die wertvollen. Was ist hier dann? Emeralds, gibt's in Rüstung. So, was ist denn das? Puh. So, also gut. Oh, fuck. Ich glaube, mein Name ist unten dran. Na, spit, ich glaube, ich muss jetzt gleich aufhören. Ich wollte ja sowieso nicht mit dir die Grenze aufnehmen. Ja, die Folge von eben wird gar nicht beendet. Das war's. So, wiedergassen.